Ich habe versucht einen Hitsong zu produzieren, obwohl ich überhaupt nicht singen kann. Dafür habe ich mir erstmal professionelle Musikproduzenten und sogar eine Gesangslehrerin geholt. Außerdem habe ich meine Freundin Sone und ihre Schwester Vicky gebeten, auch einen Part auf den Song zu machen. Die können beide ultra schön singen und Vicky war sogar mal bei The Voice. Ich habe keine Ahnung, ob der Song okay ist oder absoluter Müll. Gebt mir da bitte euer Feedback, ihr könnt auf YouTube reinhören.